Hallo und herzlich willkommen. Wir sind das Team Airolator und beschäftigen uns mit von der Problematik. Treppen wie diese sind für die meisten von uns kein Problem. Menschen, die auf einen Rollator angesehen sind, wie den, den ihr hier seht, werden sie allerdings zu einem gefährlichen und schwierigen Hindernis. Deshalb entwickeln wir den Airolator, wo durch Treppen kein Problem darstellen soll. Der Rollator kann durch die modernste Sensorik und Methoden der künstlichen Intelligenz die Treppen selbst bewältigen und hilft dadurch den Benutzer, Benutzerinnen, die Treppen zu bewältigen. Mit unserer Idee wollen wir Menschen, die ihre Mobilität eingeschränkt sind, diese Fähigkeiten zurückgeben. Denn die Mobilität und die Fähigkeit, selbstbestimmt im Alltag handeln zu können, sind unverzichtbare Kernelemente unserer heutigen Definition von Lebensqualität. Wir befinden uns zur Zeit in der Entwicklungsphase unseres Digital Twins. Das heißt, in der Simulation kann unser Rollator bereits Treppen steigen. Mit eurer Stimme könnt ihr uns jetzt helfen, den Prototypen aus dem Simulator Realität werden zu lassen, um anderen Menschen unter den Arm greifen zu können. Wir sind übrigens Dominik und Janis und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!